Hallo, ich bin die Andrea vom Nature Trace Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage samt Shop zu kreieren, wo ihr nur Produkte, Futter wie Equipment findet, welches ihr getrost eurem Hund füttern bzw. anlegen könnt. Wir empfehlen nur Sachen weiter, die wir wirklich gut finden. Auf unsere Seite kommt nicht aller Schnickschnack, den es da draußen gibt. So unterscheiden wir uns von den normalen Shops da draußen. Heute geht es um ein Thema, was wahrscheinlich alle Rüden, Besitzer, Halter, Familien irgendwann irgendwie mal betrifft. Und zwar, wenn der Rüde Liebeskummer hat, weil so eine hübsche, läufige Schnecke unterwegs ist. Bei uns ist gerade auch die läufige Saison, das heißt, die Ivy hat angefangen, die ist jetzt schon am Ausklingen der Läufigkeit, Reven ist mittendrin und wir haben heute einen nicht kastrierten Rüden mit, das ist der Whisky. Deswegen schnüffelt der Whisky jetzt immer genau dort, wo die Reven gerade war und ist auch magnetisch bei Revens Hinterteil, wie ihr gerade seht. Das heißt, dort wo Reven ist, ist auch ziemlich schnell dann der Whisky. Deswegen nicht wundern, wenn wir ab und zu mal ganz kurz den Whisky ermahnen, per Stimme, wenn er dann zu sehr der Reven auf die Pelle rückt. Wir können ihn stimmlich ganz gut, sage ich mal, kontrollieren. Das heißt, wenn er irgendwo anfängt, mit der Reven zu sehr zu flirten, sagen wir, ey, hör mal bitte auf und dann lässt der Whisky das auch. Es geht heute eher um Rüden, die ein wahnsinniges Problem haben, die dann nicht mehr essen, die dann völlig neben der Spur sind, die völlig durchdrehen, die einfach nicht mehr sie selber sind, die wirklich richtig, richtig leiden. Wenn eure Rüder, so wie Whisky, ab und zu mal so einer Frau hinterherguckt, die da gut riecht, sehr viel dran schnuppert, dann ist das völlig normales Verhalten. Er ist ja schließlich ein Kerl. Das ist wie, wenn vielleicht irgendein Mann da draußen mal eine hübsche Frau hinterherguckt, ist völlig normal. Das kann man auch nie irgendwie abstellen. Das sind einfach die Hormone. Und wir Frauen schauen ja auch den hübschen Männern hinterher. Also ist das ja irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit. Zum Thema Läufigkeit haben wir schon mal ein sehr, sehr anschauliches Video gemacht. Das blendet man euch irgendwo da oben ein. Heute geht es quasi um die Rüden. Die Intensität ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Wenn alles schnell vorbei ist, auch wenn er zu Hause ist und dann nicht mehr an die Hündin denkt, würde ich gar nichts weiter unternehmen, euch keine Gedanken machen. Alles gut. Was könnt ihr machen, wenn euer Rüder aber völlig Banane ist, wenn eine läufige Hündin bei euch in der Nähe ist? Erstens sucht dem Rüden bitte Routen zum Spazierengehen aus, wo nicht gerade die Herzensdame unterwegs ist. Also fahrt vielleicht mal, nehmt euch die Zeit eine Viertelstunde im Auto irgendwo raus, wo es einfach nicht nach süßer Schnecke riecht, sondern einfach nur nach Wald. Und bergen. Wichtig ist auch, wenn ihr in der Nähe seid, wenn euer Rüde gerade ein bisschen durch den Wind ist, vielleicht lasst dann lieber an der Leine, wenn er da sehr, sehr durcheinander ist. Oder vielleicht Schleppleine, dass er genug Bewegungsspielraum hat, aber vielleicht dann nicht gerade freilaufen lassen, wenn er dann auf einmal so seinen Hormonschub hat. Wichtig ist auch, lastet ihn gut aus. Das heißt, wenn euer Rüde dann nur eine 10 Minuten Gassitour kriegt, die ihm vielleicht sonst irgendwo in meiner Mittagspause genügt, wird es ihm wahrscheinlich jetzt nicht genügen, weil durch das Testosteron, was da im Gange ist, hat er übelst viel Power. Wenn Männer sehr unter Stress stehen, dann gehen die ja auch ins Fitnessstudio und rackern sich da einen ab und freuen sich dann oder gehen joggen und dann fühlen die sich besser. Wenn dieses körperliche Ausgepower da ist, ist das gleiche bei eurem Rüden. Also vielleicht mal eine längere Runde, vielleicht eine schnellere Runde, eine anstrengendere Runde. Tut euren Rüden ein bisschen fördern, tut ihn ein bisschen auslasten. Das hilft dem definitiv weiter. Was ihm nicht weiterhilft, ist entweder bedauern. So ach du Armer, du leidest ja und deine Schnecke ist nicht da und du winselst, das tut mir aber leid. Bringt den Rüden nix. Im Gegenteil, dann steigert er sich noch mehr rein, weil er fühlt sich ja in dem Moment total bestätigt. Oh ja, mir geht's so schlecht. Gar nicht gut. Auf der anderen Seite bitte auch nicht ausschimpfen. Also es nützt nix, wenn er dann quasi dauernd irgendwo schnüffelt und ein bisschen nervös ist und hippelig und dann sagt, oh jetzt seid doch nicht so nervös, das nervt total. Seid doch mal anders. Ist schwierig. Ihr könnt denn, wie wir das machen, sagen, ey lass mal den Hintern in Ruhe oder sowas, aber nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen zu korrigieren, wenn er da an der Pippi schnüffelt und so weiter und so fort. Bringt ihm auch nicht viel, weil ihr müsst euch einfach in die Lage versetzen. Meistens ist es ja auch bei jüngeren Rüden noch extremer als dann vielleicht bei älteren Semestern, obwohl das auch wieder unterschiedlich ist. Aber er ist voller Hormone und dann sinnlos drauf losschimpfen nützt in den meisten Fällen eher weniger. Es bringt nur Frust bei beiden Seiten, sowohl vom Hund als auch bei euch. Und natürlich, wenn ihr eine Mehrhundehaushalt seid, also wenn das nicht irgendeine läufige Hündin in der Nachbarschaft ist, sondern eventuell eure eigene Maus, ist natürlich eine räumliche Trennung wichtig. Also wir haben auch unsere Mädels immer im Haus. Nur beim Spazierengehen nehmen wir sie jetzt mit und dann sind die wieder getrennt. Also das heißt, Heidi und Reven sind gerade mit bei uns drin und der Whisky ist draußen. Da sieht er und riecht er die Mädels nicht die ganze Zeit. Reven will er gerade auch nicht. Die zeigt ihm gerade voll, wo der Hammer hängt. Und dann hat er einfach nicht die ganze Zeit das Mädel vor der Nase. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das dann auch irgendwie räumlich zu trennen bei euch, weil das ist für den Rühnum einiges angenehmer. Wichtig ist, bevor ihr dann denkt, oh Mann, ich lass den sofort kastrieren, weil dann geht es den besser. Kastration sollte immer die letzte Wahl sein. Man kann es erstmal mit natürlichen Mitteln probieren, weil die Natur hat ja so Sachen, die uns auch ein bisschen helfen und unterstützen und es muss nicht immer gleich die Operation sein. Warum wir eher gegen Kastration sind, da haben wir auch mal ein Video gemacht. Verlinkt man euch auch hier oben. Da könnt ihr einfach mal gucken, was unsere Meinung dazu ist. Was ein ziemlich cooles Produkt ist, ist der Mönchspfeffer. Der Name sagt eigentlich schon alles. Das hatten die Mönche damals im Mittelalter und auch die Nonnen genommen, weil sie wollten ja unbedingt keuch leben. Und jeder Mensch hat ja trotzdem irgendwo einen Sexualtrieb und dieser Mönchspfeffer fährt den halt runter. Und das war für die Mönche und für die Nonnen einfach ein bisschen einfacher mit der Keuchheit, wenn sie sich immer Mönchspfeffer in die Nahrung getan haben. Das hat einfach eine sehr beruhigende und hormonregulierende Wirkung. Und im Lateinischen ist auch der Name ganz interessant. Ich lese es kurz vor. Vitex Agnus Castus, das heißt so viel wie keuches Lamm. Also das ist sozusagen ein super gutes Produkt. Neben dieser hormonregulierenden Wirkung hat es auch noch viele gute Mineralstoffe drin. Also es hat dann auch so tolle Nebeneffekte nebenbei. Wir vertrauen da auf einen super Hersteller. Deswegen verlinken wir euch einfach mal den Link unten in die Videobeschreibung. Beziehungsweise könnt ihr auch gerne mal auf unseren Shop gucken, auf unserer Endlich Gutes Futter Seite. Da haben wir auch guten Mönchspfeffer mit drauf. Wichtig ist aber zwei Sachen bitte nicht geben, wenn es hormonelle Krebserkrankungen gibt. Also Prostatakrebs zum Beispiel oder Schilddrüsenerkrankungen. Darf vielleicht auch eher auf was anderes gehen. Wir haben noch eine andere gute Kräutermischung, wo auch wieder Mönchspfeffer viel mit dabei ist, auf der Homepage. Da ist dann auch noch Baldrian mit drin und Hopfen. Also beides. Es sorgt auch nochmal dafür, dass man einfach den Stress ein bisschen runter nimmt. Und was man noch dazu geben kann, ist auch ein super Produkt, das CBD Öl. CBD Öl ist viel vielseitig einsetzbar und es hat auch eine sehr beruhigende Wirkung. Nicht eine einschläfernde, so nach dem Motto, der Hund ist nur noch träge und liegt nur noch da und macht nichts mehr, sondern eher eine von der Psyche ein bisschen runterfahrende, beruhigende Wirkung, außer auch wieder stressreduzierend. Dabei helfen wir euch sehr gerne. Wir bieten kostenlose Futter und Nahrungsergänzungsberatung an. Schreibt uns einfach eine E-Mail an Kontakt, etendlich gutesfutter.de. Wir haben auch schon viele, viele Erfahrungsberichte, wo wir einfach gemerkt haben, hey, diesen sehr aufgetretenen, durchgeknallten Rüden geht es um einiges besser, mit Mönchspfeffer, dieser Kräutermischung und oder den CBD Öl. Also es muss nicht immer die Chemiekeule sein, irgendwelche Hormonpräparate und es muss auch nicht immer die Kastration sein, sondern es geht auch natürlich. Wenn das alles nicht hilft, dann kann man immer noch über die Kastration nachdenken, definitiv. Aber das sollte immer erst das letzte Mittel der Wahl sein. Was nehmt ihr so für euren Rüden? Habt ihr vielleicht auch ein paar total durchgeknallte Männer bei euch, die vor lauter Hormone nicht mehr wissen, wohin und was tut ihr dagegen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind immer offen für Vorschläge bzw. neue Ideen. Wir freuen uns da über eure Erfahrung. Und ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jeden Kommentar und über jede E-Mail. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit euren eventuell durchgeknallten Rüden oder läufigen Hündinnen. Die Zeit geht vorbei, es ist nur zweimal im Jahr, das passt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!